Das Thema ist Liebe durch Gottes Verheißungen. Und mit den Verheißungen ist es ja so eine Sache. In der Bibel gibt es über 3000 Verheißungen. 3000, wie viele kennst du? Kannst du mal dich hinsetzen, aufschreiben. Wahrscheinlich noch nicht mal 10%. Okay, vielleicht auch. Aber 3000 Verheißungen, die gesagt wurden. Aber das eine ist, Verheißungen zu kennen und zu wissen von den Verheißungen. Und das andere ist, mit Verheißungen zu leben. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte von Abraham, der eine großartige Verheißung hatte. Der im hohen Alter, in einem Alter, wo es unmöglich war, Kinder auf die Welt zu bringen, er die Verheißung bekommen hat. Lieber Abraham, du wirst ein Kind bekommen. Also natürlich Sarah, aber du bist natürlich dabei. Und dann muss man ja erst mal den Glauben haben. Er sagt ja so, er war dann 99, also an die 100. Und er schreibt über seine Frau, dass sie eigentlich schon einen erstorbenen Leib hatte. Also wie soll das funktionieren? Und dann noch nach Hause zu gehen und zur Frau sagen, lieber Frau, eigentlich hatten wir abgeschlossen mit gewissen Sachen, aber wir müssen sie noch mal aufnehmen. Licht aus oder an oder an, keine Ahnung. Macht es, wie ihr wollt. Ich war ja nicht dabei, im Zelt, im Mondschein. Wir haben eine Verheißung. Und die Frau, was wir jetzt hier gedacht haben, also Abraham, alles in Ordnung? Oder hast du einfach nur Lust? Nein, 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 Gott hat gesprochen. Wir sollen noch mal ein Kind auf die Welt bringen. Und das hat eine Riesenbedeutung für alle Nationen. So. Nach vielen, 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 vielen Jahren hat Abraham und Sarah miteinander gesprochen und haben gesagt, haben wir uns jetzt eigentlich getäuscht? Ich erzähle es mit meinen Worten. Ihr könnt es ja nachlesen. Haben wir uns jetzt eigentlich getäuscht? Ich glaube, es waren 17 Jahre. Und Gott sprach, wie es so ein Kind ging. Und nichts funktioniert, ist ja auch logisch. Schau dich an, schau mich an. Wie soll das funktionieren? Und dann machte Sarah ihm Vorschlag und sagt, geh doch einfach mit meiner Magd ins Bett. Schlaf mit ihr, sie ist jung. Und dann hast du dieses Kind. Und so hat es Abraham auch gemacht. Ja, und dann gab es natürlich, Gott hat gesagt, er wird auch dieses Kind annehmen. Aber es gab ein großes Elend und Auswirkungen, was wir heute auch noch zum Teil sehen. Festzuhalten, wenn Dinge völlig konträr laufen, und überhaupt nicht auf diese Verheißung hindeutet. Eines Tages kam mein Vater zu Jesus und sagte, Jesus, mein Sohn liegt im Sterben. Der liegt den letzten Abend. Und könntest du bitte nach Hause kommen, in mein Haus und für den Sohn beten, dass er gesund wird. Und Jesus sagt, ja, ich komme. Und er macht sich auf den Weg, um nach Hause zu kommen. Also ins Haus zu gehen zu diesem Vater. Aber während er unterwegs ist, kommt eine andere Frau, die auch schon zwölf Jahre Blut verloren hat, also blutflüssig war. Und sie stoppte Jesus letztendlich. Und Jesus beschäftigte sich mit dieser Frau. Aber eigentlich hat er ja einen Termin bei diesem Vater. Dann kennst du, wenn du einen Termin hast, und du hast keine Zeit, und es brennt, und es muss was passieren. Und Dinge halten dich auf, dann wird man leicht nervös. Und sicher wurde dieser Vater auch nervös und dachte, Mensch, Jesus, mein Kind liegt im Sterben, und wir haben keine Zeit, und jetzt beschäftigst du dich mit dieser Frau. Und Jesus hat irgendwie die Ruhe weg. Aber was ja dann passierte, ist, dass dann einige von seinem Haus kamen und haben zu dem Papa gesagt, Papa, bemühe den Meister nicht mehr, dein Sohn ist gestorben. Und Jesus hörte diese Worte. Und sagte zu dem Vater, glaub es nicht. Höre nicht auf ihre Worte. Und die Frage ist, auf was für Worte hören wir, wenn die Umstände ganz anders laufen, ganz anders, wie du es vorgestellt hast, und dann noch festzuhalten und zu sagen, ja, Gott hat es aber gesagt. Gott hat eine Verheißung gegeben. Und jetzt schau mal, was funktioniert jetzt. Ja, jetzt geht alles anders. Alles in die andere Richtung. Ganz anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich sage, es steigen so viele Menschen aus, aus Verheißungen, aus Berufungen heraus, weil Dinge anders laufen, wie sie es sich vorgestellt haben. Ich weiß, ob du das kennst. Aber Jesus spricht folgendes. Ich werde nur über eine Verheißung heute Morgen sprechen. Aber die hat Power. Und wenn das in unser Herz hineingeht, dann können wir richtig was bewegen. Ich lese zunächst mal Hebräer 10, 23. Da heißt es, deshalb wollen wir weiter in der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen oder Verheißungen. Hallo. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Dass er treu zu seiner Verheißung und Zusagen steht? Auch dann, wenn die Dinge anders aussehen. Auch dann, wenn du an der Ampel stehst und du hast einen Termin und dir fährt einer hinten rein und jetzt ist der Platz der Termin. Und du wirst nervös. Oder du hast Schwierigkeiten zu Hause und du erwartest eigentlich jetzt Jesus. Heute kommst du nach Hause und er macht eine Kurve und geht erstmal woanders hin. Glaubst du daran? Er hat es gesagt. Er ist treu. Er steht zu seinen Verheißungen. In Matthäus 17, Vers 20 steht ein krasses Wort, über das ich mich schon sehr viel Gedanken gemacht habe. Und irgendwann, wenn ich heute Morgen mal mit euch darüber sprechen werde, da heißt es, ich versichere euch. Sag mal, versichere. Das ist keine Versicherung, sondern es ist eine Zusage. Ich versichere dir. Ja, sagt es mal heute Morgen, der Merz, Jesus, du versicherst mir, wenn euer Glauben auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Gibt es da ein Bild? Ah, kein Bild von Senfkorn? Okay. Aber Senfkorn-Samen ist richtig klein. Könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück dich von hier nach da? Und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Unmöglich. Sag mal unmöglich. Unmöglich. Nichts wäre unmöglich. Wenn ihr, sagt Jesus, ein Senfkorn-Glauben hättet, ihr könntet Bergen versetzen. Also hier geht es jetzt nicht um Berge, wo du sagst, wo du vielleicht wie so ein Bergsteiger, der trainieren kann, der irgendwelche Seile nimmt, der sich da festbinden kann, sondern es geht um Bergen, die du selber nicht bewegen kannst. Du kannst nichts tun. Gar nichts. Kein Mensch kann etwas tun. Du kannst nicht etwas tun. Es ist ein Riesenberg. Kennst du solche Berge? Höher als Mont Everest. Niemand hat sie erklummen. Niemand konnte sie besteigen und kann sie heute besteigen. Außer Senfkorn. Oder du hast einen Traum. Ein Riesentraum. Gott hat dir vielleicht sogar einen Traum gegeben. Ein Riesentraum. Eine Riesenverheißung, Vision. Und du stehst davor und sagst, unmöglich. Ich kann das selbst nicht bewegen. Ich kann da nichts tun. Das ist zu groß. Wie soll das funktionieren? Und jeder Mensch hat Umständen im Leben, die er nicht verändern kann. Aus eigener Kraft. So, du brauchst etwas, was dir hilft, diese Berge oder diese Träume in Existenz zu bringen oder die Berge zu bewegen. Und Jesus sagt, du musst dir einfach mal reinziehen, wenn ihr glauben hättet, wie so ein Senfkorn. Ja, Jesus, ich glaube doch. Was willst du denn? Ich späte dir ein Glauben. Die Frage ist, wie lange glaubst du? Hier heißt es nicht, du musst einen großen Glauben haben. Das steht hier nicht. Hier steht auch nicht, du musst irgendetwas Großes verbringen, sondern hier heißt es, du müsstest einen kleinen Glauben haben an einen großen Gott. Dann würden sich die Berge von dahin nach dorthin bewegen. Also das Erste, was ich hier mir aufgeschrieben habe, wie du in Gottes Verheißung leben kannst, ist, denke groß. Mit einem Senfkorn glauben. Nichts wäre euch unmöglich, heißt es hier in Matthäus 17, Vers 20. Es ist erlaubt, groß zu denken. Ja, Berge, hier geht es um Berge, wie gesagt, um Träume, die du selber nicht bewegen kannst, die du mit niemand, egal wie viele mit dir sind, egal wie viele Leute Ideen haben, nichts bewegt sich, außer du hast diesen Senfkorn-Glauben. So denke groß. Das ist die eine Seite. Oder wie gesagt, du hast Umstände in deinem Leben, die sich nicht bewegen lassen. Im Gegenteil, du stehst davor und rennst dir den Kopf gegen diesen Berg an. Und bevor der zur Seite geht, bist du fertig. sei denn, Senfkorn-Glauben. In Matthäus 3, Vers 20 heißt es, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, wie viel mehr? Über die Maßen, selbst das ist schon, eben, nicht greifbar, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns ist oder in uns wirkt. Du magst noch so groß denken. Du magst noch so tolle Ideen haben. Paulus sagt, die Power, die Kraft in dir, in uns, die ist so kraftvoll, dass sie all dein Denken sprengt und viel größer ist als das, was du meinst, als was du erdenkst, als was du dir erhoffst. Über die Maßen, als wir bitten oder erdenken können. Hast du schon mal um was gebittet? Aber vorauslich, bitten wir jeden Tag Gott um irgendetwas. Paulus sagt ja, es ist über die Maßen mehr, als was du bittest. Ja, super. Johannes 14, Vers 20 heißt es wieder, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselbe Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere denn ich, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ich versichere euch, wie das sagt es Jesus, ich garantiere euch, wer an mich glaubt, und wir haben ja gerade über die Größe des Glaubens mal gesprochen, versucht es zu begreifen, wer diesen Senfkorn glauben hat an mich und wird dieselbe Dinge tun, die ich getan habe. Und darüber hinaus. Ja, weißt du schon, wie viele Kranken ich gebetet habe, weißt du schon, wie viele Zeugnisse ich gegeben habe, weißt du schon, was ich alles getan habe, das gelingt alles nur nach Einbildung und alles nur nach Selbstgespräche und dann kommen ja so ganz interessante Dinge in unsere Gedanken hinein. Glaubst du an seine Verheißung? Glaubst du daran, wenn die Dinge auch anders laufen, Dinge passieren in deinem Leben, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast und doch hat Gott Verheißung in dein Leben hineingegeben, wie es mit Abraham oder mit diesem Papa getan hat. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselbe Dinge tun, die ich getan habe. Ja, größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. 2. Korinther 3, Vers 5 heißt es, wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibende Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Paulus sagt hier, und Paulus hat so viele krasse Dinge mit Gott erlebt. Ja, ich meine, wenn du mal so eine Power hast, wenn der Heilige Geist so mit dir ist, dass wenn du durch die Straßen läufst und ein Kranker neben dir steht oder liegt oder sitzt, der auf einmal gesund wird, ohne dass du mit ihm gebetet hast, das ist schon gewaltig, oder? Weil du da bist. So war es bei Paulus. Ja, deshalb gibt es ja Leute, die lassen ihre Tücher segnen von irgendwelchen Power-Leuten, um sie dann nach Hause zu nehmen und auf die Kranken zu legen. Wir halten uns nicht für fähig. Und es ist exakt, es ist die Wahrheit, du und ich, wir können nicht aus eigener Kraft diese Dinge tun, die Jesus getan hat. Funktioniert überhaupt nicht. Wir brauchen die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. Interessant, was er hier sagt, dass wir irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Alles, was wir aus eigener Kraft tun, sagt er, eigentlich damit hat kein bleibender Wert. Kein bleibender Wert. Alles, was wir aus der Kraft des Heiligen Geistes tun, hat bleibenden Wert. Hallo. Willst du haben, dass Dinge bleibender Wert haben? Dann brauchst du die Power des Heiligen Geistes. Dann brauchst du diese Kraft, die über die Maße und über dein Denken hinaus wirkt. Bald haben wir ja Pfingsten, aber wir können es schon vorher für die Power des Heiligen Geistes beten. Jeden Tag. Also denke groß. Bring in deine Berge. Frag mal den Heiligen Geist, habe ich diesen Senfkorn-Glamm oder probier es einfach. Immer weiter. Bis dein Glaube wenigstens zum Senfkorn-Glauben wird an einen großen, mächtigen Gott. Es ist interessant, dass diese Geschichte groß startet mit Bergen, aber dass sie klein weitergeht. Wenn euer Glauben auch nur so groß wäre, wie ein Senfkorn, dann könnt ihr die Riesenberge bewegen. Dann könnt ihr die Riesenträume in Realität, in die Existenz hineinrufen oder hineinbringen. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, wenn du groß glauben könntest oder sonst irgendetwas bringen könntest, irgendwelche Leistungen, sondern dass wir einen kleinen Glauben haben an einen großartigen, mächtigen Gott. Dieser kleine Glaube darf natürlich wachsen. Und er soll auch wachsen. Aber er startet mit Senfkorn-Größe. Wir können ja dem was machen, wenn irgendjemand Senfkorn zu Hause hat, kannst du einen Informationstisch legen und dann können die Leute mal sehen, wie klein oder wie groß ein Senfkorn überhaupt ist. Ich möchte vier Dinge noch erwähnen, die den Senfkorn-Glauben aufhalten oder die den Senfkorn-Glauben freisetzen können. Das Erste ist, höre sorgfältig zu, was Gott sagt. Zweimal hören, einmal reden. Also lang, sagt Jakobus, zum Hören und langsam zu hören. Hör gut zu, was Gott sagt. Dafür ist es immens wichtig, dass ich Zeit mit ihm verbringe. Dafür ist es immens wichtig, dass ich mich mit seinem Wort beschäftige. Dafür ist es immens wichtig, dass ich in den Gottesdienst oder in die Homes-Gruppe gehe oder in den Wolfkreis, wie immer du es willst, gehe. Ja, höre gut zu, was Gott sagt. Im Psalm 85, Vers 9, ich lese jetzt hier nach Neuem Leben. Ich höre aufmerksam auf das, was Gott der Herr spricht. Denn er verheißt seinen Volk, denen, die ihm treu sind, Frieden. Lass nicht zu, dass sie auf ihre verkehrten Wege zurückkehren. Hör gut zu, was Gott sagt. Und interessant hier, denn er verheißt, wieder eine Verheißung, seinem Volk, die treu sind, den Frieden. Frieden kommt von Herzen heraus. Frieden kommt von Gott heraus und nicht, indem ich sage, ja, dann lasse ich dich in Ruhe und du lässt mich in Ruhe oder gut, dann bringen wir mal die Waffen zu schweigen, dann streiten wir nicht mehr oder wir reden nicht mehr miteinander. Das nennt man alles Waffenstillstand. Aber Frieden ist etwas, was aus dem Herzen rauskommt von Gott selbst in unser Leben. So höre gut zu, höre aufmerksam, sagt dieser Psalm. Und es lausche, die Worte, so wie es Maria gemacht hat. Ihr kennt diese Geschichte, die war, dass sie sehr bewegt war und sehr viel aktiv war. Jesus sagt nicht, das ist falsch, sondern sie sagt nur, es gibt etwas Wichtiges und das ist das Hören. Und er sagt, Maria hat was Gutes erwählt, sie will hören, was ich sage. Und der Psalmist sagt genau dasselbe. Ich höre aufmerksam auf das, was Gott der Herr spricht. Dann ist zweiter klar, bete für das, was du brauchst. Wir dürfen dafür beten, was wir brauchen. Ich kenne deine Berge heute Morgen nicht. Ich weiß nicht, wie groß dein Berg ist. Ich habe selber meine Berge und du kennst sie auch nicht, aber er kennt sie. Und ich möchte treu sein und ich möchte treu in den Verheißungen leben, auch wenn es die Widerstände da sind, auch wenn die Umstände ganz andere Dinge oft signalisieren. Glaube ich daran, zum Beispiel, dass er mein Versorger ist und dass er Versorger dieser Gemeinde ist, egal wie die Umstände sind. Ich glaube, dass er der Retter ist, egal wie viele Menschen gerettet werden, egal was die Umstände sagen, egal was die Welt sagt, egal was das Fernsehen rausbringt, was die Zeitungen schreiben. Ich höre ihm aufmerksam zu. Versteht ihr? Wir müssen hören, was er sagt. So bring deine Sorgen, deine Berge heute Morgen zu Gott. Hier heißt es in Philippe 4, Vers 6, sorgt euch nicht. Super, hä? Ja toll, wie kann ich mich denn nicht sorgen? Hast du schon mal meine Sorgen gehabt? Ich gehe abends ins Bett und ich stehe morgen auf, das sagen mir oft die Leute und ich habe diese Gedanken, ich versuche sie auf Gott zu werfen, ich kann das gar nicht. Ich sage, werfen und sie sind da. Also muss es einen Austausch geben. Ja, wenn du willst, dass ein Hund sein Knorren loslässt, musst du ihm sozusagen einen Steg hinlegen. Dann tauscht er. Und genau das sagt Paulus hier. Er sagt hier, sorgt euch nicht, sondern bete um alles. Sag Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Hallo. Hast du denn schon mal Gedanken, Umständen, die noch gar nicht so sind, wie du dir das vorgestellt hast und wie du dir das gewünscht hast und sagst, Herr, danke. Ich habe dir jetzt meine Sorgen gebracht, ich habe es gebetet. Paulus sagt in einem anderen Vers, auch in Philippa 4, in dem Moment, wo du dich anfängst mit Jesus zu beschäftigen, wer er ist, was er ausmacht in deinem Leben, verblassen deine Sorgen. Ja, wenn wir uns ständig mit unseren Sorgen beschäftigen, dann werden wir mürbel, dann werden wir depressiv, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann werden wir traurig, dann fehlt uns die Lebensfreude. Aber Paulus sagt, ich lege dir etwas anderes vor, fange an, dich mit Jesus zu beschäftigen. Und dann merkst du auf einmal, wow, der ist so groß, der ist so genial, das ist so gewaltig, wie er ist, das ist ja unglaublich krass. Ja, und auf einmal, bist du dir sicher, er kennt deine Sorgen und er weiß, um alles, so bring ihm heute Morgen deine Sorgen, sorg dich um nichts, sondern bete um alles. Um wie viel darf ich beten? Um wie viel darf ich beten? Um alles. Hallo. Er ist unser guter Vater und wer Kinder hat, der weiß, dass Kinder oftmals wegen jedem kommen. Kannst du mal, kriege ich ein Eis, die haben Sorgen, ob sie Eis kriegen, die haben Sorgen, ob es gescheites Essen gibt oder was weiß ich, aber sie gehen zum Vater. Paulus sagt, hey, wir haben einen guten Vater und Paulus selber bezeichnet sich als geistiger Papa und sagt, betet um alles, ich finde es großartig, um alles, was dein Herz bewegt. Bete um alles, aber bleib da nicht stehen, sondern danke ihm, danke Vater, dass du es gehört hast, danke, dass du zu deinen Zusagen stehst, danke, dass du zu deinen Verheißungen stehst. In Jakobus 4, Vers 2, da bringt es der Jakobus ganz krass raus, was passiert, wenn wir nicht mit unseren Sorgen und Wünschen zu Gott gehen. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben. Hallo. Gott sei Dank ist es ja unter uns nicht so, Neid, Eifersucht, kennen wir gar nicht. Aber die Jakobus Schreiber kennt es. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. So allein das Neidischsein, das Eifersüchtigsein, das macht es nicht besser in euer Leben, sagt er hier. Davon kriegt es auch nicht. Also kämpft und streitet ihr, um es den anderen wegzunehmen. Oh, Korabaschikada, Mann. Doch euch fehlt das, was ihr so gern wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Hallo. Willst du das? Eigentlich sagt er, wenn du das willst, was der andere hat, geh doch zu Gott. Red doch mit ihm darüber. Sei doch nicht neidisch. Verkleide dich doch nicht. Vergleich dich doch nicht. Oder mach ihm das Leben noch schwer. im Geistlichen. Ich habe gedacht, ich werde da jetzt sein, wo der andere ist. Und schau mal, jetzt schinkt der da vorne oder was weiß ich. Und jetzt ist schon bis zur dritte Reihe nach vorne gerückt und ich sitze immer noch ganz hinten. Nur nebenbei, ich empfehle immer, die hinteren ganz nach vorne zu kommen. Die Power ist, ja, es ist etwas ruhiger. Geh zu Gott, sagt Jakobus. Sprich doch mit ihm darüber. Sag ihm doch, was du möchtest. Aber hör auf zu kämpfen. Hör auf zu streiten. Hör auf, neidisch zu sein. Hör auf, eifersüchtig zu sein, sagt er. Sondern geh mit deinen Bergen und mit deinen Wünschen zu Gott. Das ist großartig, oder? Es ist gut, dass er uns daran erinnert. Das wusstet ihr schon alles. Deshalb sagt ihr auch mal alle Amen. Ja, und ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Psalm 39, Vers 14 heißt es, äh, doch ich höre mich, ich höre nicht auf, zu dir zu beten. Kennst du das, dass irgendwann mal vielleicht mal so ein Punkt kommen könnte, wo du sagst, das hat eh alles keinen Wert. Ja, so vielleicht wie bei Abraham. Ja, und da suchen wir irgendeine Ersatzlösung, da suchen wir irgendeine Ersatzregelung und sagen, komm, wir machen es mal so. Sicher hat Gott sich verhört oder, also, Hagar hätte auch sagen können, Gott hat sich geirrt irgendwie, ja, oder, aber sie sagt eigentlich, wir haben uns jetzt, glaube ich, ganz falsch verstanden. Er hat es doch nicht gemeint, dass wir jetzt schon lange warten müssen, sondern eigentlich, ja, ist jetzt die Zeit, ja, und dann fangen wir an, unsere eigenen Dinge zu drehen. Ja, aber hier, der Psalmschreiber sagt hier, doch ich höre nicht auf, zu dir zu beten, denn ich hoffe darauf, dass du, Herr, mir diesmal gnädig bist. Herr, erhöre mich in deiner Gnade und antworte mir auf meine Gebete mit deiner Hilfe, denn auf dich ist Verlass. Auf wen ist Verlass? Gott, komm, noch ein bisschen zaghaft. Auf dich, Gott, sagt hier der Schreiber, ist Verlass. Das erste Mal habe ich gebetet, ich habe das zweite Mal gebetet, ich habe schon öfters gebetet, sagt er, nichts ist passiert, aber er hat gesagt, ich bleibe dran und Herr, vielleicht bist du mir jetzt gnädig. Psalm 69, Vers 14, ich lese mal ganz kurz, doch, ich höre nicht auf, zu dir zu beten, denn ich hoffe darauf, dass du, Herr, mir diesmal gnädig bist. Also wenn er sagt, diesmal gnädig ist, dann hat er es schon oft versucht, schon öfters versucht. Oder? Hast du schon mal öfters versucht zu beten? Hat es nicht funktioniert? Lassen wir es halt. Aber er sagt, nee, ich lasse es nicht. Vielleicht ist er mir diesmal gnädig. Vielleicht ist er mir diesmal gnädig. Da gibt es so eine Geschichte, ich glaube, die steht in Matthäus 18. Jemand hat mal zu mir gesagt, ich wäre so wie diese Frau, so wie den ungerechten Richter. Ihr kennt diese Geschichte, die ging zu einem Richter und sie wollte ihr Recht haben. Und der Richter war nicht gläubig. Jesus erzählt diese Geschichte und sie ließ nicht los. Immer wieder ging sie zu diesem Richter und belagerte ihn und hat auf ihn eingeredet. Und dann sagt Jesus auf einmal, der Richter bekam auf einmal Angst und sagt, wenn ich jetzt nicht handle, dann wird sie noch auf mich eintreschen. Ja, gib mir dein Recht, ja. Und er hat gesagt, wenn sie schon, wenn der ungerechte Richter schon so reagiert, wie will der himmlische Vater zu seinen Kindern. Also, Jesus sagt, wir dürfen sogar unverschämt sein. Hallo. Das erzählt er hier. Jesus sagt es. Er erzählt diese Geschichte. Ich zitiere sie noch. Kennst du Kinder, die dir so, die schon mal in die Ohren gelegen, dass du gesagt hast, dann nimm es halt. Frauen können es auch. Ja, ja. Okay. Hab gerade einen Hinweis bekommen. Aber sie reden und sie reden also und hören nicht auf und dann sagst du, ja, dann nimm es halt, mach es halt. Stimmt. Ah, die Männer nicken alle. Okay, richtiges Thema errichtet. Aber Jesus sagt, sie tun, machen nichts Falsches eigentlich. Es nervt uns nur vielleicht mal. Aber genau das sagt Jesus, dass dieser Richter auch genervt war. Und dann ihr das gegeben hat, nach was es so gebeten hat. Und Jesus sagt, hey, wenn der das macht, der himmlische Vater, wird sich um seine Kinder kümmern. also das Erste ist, hör gut zu. Das Zweite ist, bitte, um was du brauchst. Das Dritte ist, vergib manchen Menschen. Vergib jeden. Jeden. Das ist genauso herausfordernd wie der Satz, wer wird deine Sorge auf den Herrn, oder? Jeden zu vergeben. Ich übe mich da drin, gebe das offen zu, ich bin da noch nicht ganz durch. Aber ich habe auch gelernt, dass jeder, das fand ich sehr, okay, dass jeder auch für seine Handlungen die Konsequenzen auch selber tragen muss. Das heißt, ich vergib und sage dem Gott, du kümmerst dich um diese Sache. Ich lasse dich los, ich lasse diese Person los, ich lasse diesen Mann los, ich lasse diese Frau, aber du kümmerst dich herum. Was passiert? Und ich bin darin frei. Epheser 4, 32 heißt es, seid stattdessen freundlich. Hallo. Freundlich. Wisst ihr, wie schön es ist, wenn man freundlichen Menschen begegnet, die dich anlächeln. Ja, kann man das immer? Nun, Paulus erzählt es gerade und sagt, seid freundlich. Und mitfühlend zueinander. Ganz wichtig, ja, wir sind eine Familie, wir freuen uns mit den Menschen, denen es gut geht, aber wir fühlen auch mit den Menschen mit, die in Not und Schwierigkeiten stehen. Mitfühlen zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Liebe Geschwister, kurz zur Vergebung etwas. Das hat Paulus nach dem Kreuz gesagt. Das Kreuz ist ein absolutes Geschenk. Das ist eine Gnade, die du nicht erklären kannst. Ja, du gehst hin, wir haben heute Morgen ja Salma, und du bringst ihn in dein Leben und er vergibt dir all deine Sünden. Aber was jetzt Paulus der Gemeinde schreibt, es gibt Situationen wohl in Gemeinden, dass man sich gegenseitig ankickst oder verletzt oder ungerecht ist. Oder? Dann sagt er ja nicht auf einmal, du nebenbei am Kreuz ist es ja passiert, sondern dann sagt er, was interessant ist, was zwar stimmt, durch das Kreuz kann ich dir heute vergeben. Paulus sagt, so wie Christus euch, so wie euch oder so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, so uns ist am Kreuz alles vergeben worden, oder? Ja, beim Abendmahl, wenn wir privat, also in unserem G12-Greis mit Abendmahl, ich sagte so oft, für all deine Sünde. Aber dann sagt er, hey, wenn es euch passiert, dass ihr euch irgendwie verletzt, dass ihr Dinge tut, die nicht recht waren, vergib euch gegenseitig, so wie euch schon vergeben wurde, durch Jesus am Kreuz. Hallo. Schreibt mal die Vers auf. Ist doch großartig, oder? So, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich kenne hier jemand, der hat mich so angekirkt, hier heißt es, vergibt euch gegenseitig. Bevor du zum Atmen gehst, wir können ruhig laufen untereinander und sagen, hey, ich vergib, ich lasse dich los und kannst du mich bitte auch loslassen und vergeben. Vergibt euch, so seid freundlich und wisst ihr, wann man freundlich sein kann, wenn man sich vergeben hat. Interessanterweise, ich begegne Menschen, die sind ganz unfreundlich zu mir, ich habe mir auch zwar nichts getan, aber da merkst du, sie haben was gegen dich. Kennst du das? Sie sind nicht freundlich. Versuchen, die aus dem Weg zu gehen. Hallo. Aber in dem Moment, wo wir uns gegenseitig vergeben, kommt Freundlichkeit auf jeden Fall in dein Herz rein. und mitleid und mitfühlend. So vergebt euch gegenseitig, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. In 1. Korinther 13, Vers 5, da heißt es dann, Entschuldigung, nicht 13, Moment, jetzt habe ich mich hier gerade verschoben, die Technik ist mir jetzt gerade gerutscht. Hier habe ich 1. Korinther 13, 5, die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen. Wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Hallo. Wie viele nachtragende Christen gibt es auf dieser Erde? Gott sei Dank nicht unter uns so, aber ihr kennt sich ja ein paar. Wie viele Menschen sind nachtragend? Und dann kommt die Hochzeit und dann sagen die Leute, würdest du bitte über 1. Korinther 13 reden? Ja, klar, mache ich. Schöne Liebesgeschichte. Leute, das hat nichts mit Emotionen zu tun. Das hat nichts mit Gefühl zu tun, das ist eine Entscheidung. Hallo. Könntest du, wenn du willst, vielleicht heute Morgen sagen, Herr, das ist ein Berg für mich. Den kann ich nicht bewegen, aber ich möchte mich heute Morgen entscheiden, nicht nachtragend zu sein. Wisst ihr, was tödlich an Beziehungen ist? Du sprichst mit irgendjemandem und dann kommst du in die Diskussion und dann sagt er auf einmal, aber weißt du noch vor 10 Jahren? Tötet alle Beziehungen. Sagst du, ja, ist okay. Nachtragend. Dramatisch grausam. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Wenn ich ja nachtragend bin, dann will ich ja mein Recht haben. Ja, dann fühle ich mich in meinem Recht. Sie lässt sich nicht reizen. Hallo. Wie viele Situationen kommen hier rein? Also, ich kenne das ja und dann spüre ich im Innersten, wenn der Reiz losgeht. Dann wird es heftiger. Dann denkst du, oh, noch kein falsches Wort oder der Reiz kommt raus. Lass dich nicht reizen. Irgendwie sei gechillt in Jesus. Das lieben ja die Menschen heute das Wort. Trillen. Sei Ruhe in Gott. Lass dich nicht reizen. Und wenn man dir Böses tut, trag es nicht nach. Amen. Und dann zum Schluss. Viertens. Danke Gott. Danke ihn. Vergiss nie, ihm zu danken. Psalm 118, 28. Du bist mein Gott. Ich will dir danken. Du bist mein Gott. Ich will dich loben. Du bist mein Gott. Ich will dir danken. Ja, wie sagt unsere liebe, großartige Frau, Maria Brehern, loben, zieht nach oben und danken schützt vor Wanken und Zweifel ist vom Deifel. So ist es. Kann man sich gut merken. Wahrscheinlich hat es hier aus. Du bist mein Gott. Ich will dir danken. Wow. Kannst du mal in deinem Herzen danken, Jesus. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Boah. Du hättest auch andere Dinge zu tun, als dich gerade um mich zu kümmern, oder? Und dann sagst du noch in deinem Wort, ich darf für alles beten. Stellt euch mal vor, hier 500 bis 600 Leute. Jeder betet seine Wünsche zu Gott. Der wird doch närrisch. Gott hat die Ruhe weg. Er sagt, ich komme damit klar. Tu es. Gott, ich will dich loben, denn du bist mein Gott. Wir haben großartigen Gott. Amen. Römer 11, Vers 23. Wie wunderbar ist doch Gott. Wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer. Wie tief seine Weisheiten und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Kennst du das? Seine Wege zu begreifen. Entscheidungen. Wir leben so in Raum und Zeit. Ich habe gestern zu jemandem gesagt, die Warum-Frage löst keine Probleme. Warum? Bin ich in Jesus, glaube ich an, lebe ich mit seinen Verheißungen, auch wenn die Dinge sich anders gestalten, wie ich mir es vorstelle oder vorgestellt habe. Wege, wie soll ich sie begreifen? Er ist Gott. Oft, wenn ich eingeladen war, in der Edi-Klasse zu sprechen und dann sollen ja die Jugendlichen mir Fragen stellen und dann stellen sie oft die Frage und sagen dir, sag mal, wie erklärst du es, diesen Gott, wenn zweijährige Kinder in Leukämie sterben? Könntest du uns mal deine Antwort geben? Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen wegen zu begreifen. Es gibt Dinge, da müssen wir einfach ehrlich sagen und sagen, ich begreife das nicht. Ich kann dir das nicht erklären. Ich bin, ich sage zu Ihnen, sonst wäre ich Gott, aber dann bin ich nicht. Ich lebe wie ihr mit beiden Füßen auf dieser Erde und mein Herz im Himmel. Ich kann euch das nicht sagen. Aber ich werde mich hüten mein Leben in die Hände von Menschen zu geben. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Ich werde mich hüten mein Leben in die Hände von Menschen zu geben. Die Wechsel sind Schatten des Wechseln. Die Bibel sagt, er ist immer dasselbe. Er ist noch eine Ewigkeit. Er ist nicht einmal so und einmal so. Aber die Menschen einmal so und einmal so. Er ist immer auf der Hohen Zinnett. In 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. Wie viele gibt es? Schreiben wir alles auf, da kommen wir ja bei einer Million raus. Also über 3.000 von alt bis neu. Also so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zu Ehre durch uns. Hallo. Also es heißt, Gott sagt ja und wir sagen Amen. Gott sagt ja und wir sagen Amen. Amen. So lass uns aufstehen.